Mein Name ist Katharina. Ich arbeite jetzt seit zehn Jahren hier an der Formschule in München in der Grundschule. Ich bin Klassenlehrerin. Ich habe in den zehn Jahren in allen vier verschiedenen Klassenstufen unterrichtet. Ich bin damals direkt nach meinem Referendariat an die Formschule gekommen, habe von meinen Kollegen, von der Schulleitung sehr viel Unterstützung bekommen, gerade auch in den ersten Jahren. Das ist etwas, was mir bei Forms sehr, sehr gut gefällt, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Es gibt einen großen Zusammenhalt im Kollegium.